Schlimm für Luisa Neubauer, denn auch sie war protegiert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das muss man sich mal überlegen. Kaum jemand hat mehr Sendezeit bekommen, während man in Dubai nun über zwei Wochen getagt hat, als Luisa Neubauer, die nicht Mitglied der 250-köpfigen Polit-Delegation war, sondern als Gesicht von Fridays for Future nach Dubai gereist ist, um Druck auszuüben auf die deutsche Regierung. Merke dir, wenn du Druck ausüben willst, dann übe Druck aus auf Menschen, die etwas zu sagen haben. Die deutsche Regierung hat das nicht. Das heißt, da ist sie am völlig falschen Hebel, wenn sie hier anfängt rumzuwuchten. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar über die Katerstimmung in Dubai und über Luisa Neubauer. Die ist nämlich gerade da. Ja, mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr alles über die Informationen hinter den Schlagzeilen, die ihr tagtäglich in den Medien lest. Und wir machen sie für euch transparent. Das heißt, wenn ihr kritischen Content mögt, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, ich sagte es euch, es geht um Dubai. Es geht darum, dass man eigentlich heute davon ausging, dass diese 28. UN-Klimakonferenz zu Ende geht. Wieder mit einem relativ vollmundigen, relativ schön formulierten Abschlusskommuniqué, was viele Worte hat, aber nichts aussagt. Jetzt steht eine 21-seitige Abschlussvereinbarung zur Diskussion, die katastrophaler für die Grünen in Deutschland und auch für solche Umweltschutzaktivisten wie die Fridays for Future oder die letzte Generation nicht sein könnte. Denn da steht jetzt nicht mehr drin, dass das einzige Ziel der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist. Es steht noch nicht einmal mehr drin, dass es eine Option ist, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Nein, man hat sich jetzt dazu durchgerungen, dass in dem Entwurf, der aktuell vorliegt, es nur noch darum geht, dass man die Emissionswerte reduziert. Wen wundert es? Wen wundert es wirklich? Was mich aber wundert ist, denn das zeigt, wo die Deutschen derzeit stehen. Machen wir uns nichts vor. Dubai war der Lackmustest für die deutsche Bundesregierung. Es hat sehr schnell klargemacht, wo wir wirklich stehen. Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, reist extra dahin mit den Taschen voller Geld, hält einen Scheck sozusagen hoch, gründet einen Fonds, stellt sich dahin und sagt, wir müssen das und das tun, wir müssen es sehr schnell tun. Zugehört hat ihm nicht wirklich jemand. Er ist auch nach dem Fototermin sofort wieder zurückgereist nach Berlin, denn da brennt der Busch, da brennt die Hütte. Da haben wir echte Probleme, denn seine Ampel fliegt ihm im Moment um die Ohren. Ohren, da hat er wenig Zeit, um sich um das Weltklima zu kümmern. Während er im Flieger zurück nach Deutschland saß, platzte die erste Bombe in Dubai. Nämlich 22 Länder, darunter Großbritannien und Frankreich, haben lautstark verkündet, man wolle bis 2050 die Anzahl der Atomkraftwerke verdreifachen. Denn nur das sei der gewiesene Weg für das Erreichen eines sinnhaften Klimazieles. Man redet da über eine Erwärmung von etwa plus 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und das muss unseren Bundeskanzler richtig kalt erwischt haben. Denn auch hier war es so, er wusste davon nichts. Er vermittelte zumindest den Eindruck, dass er davon nichts wusste, dass diese Länder das vorhaben. Und abgesehen davon, dass das eine sinnhafte Entscheidung ist, die man da getroffen hat und es sowieso hoch fragwürdig ist, warum wir aus der Atomkraft aussteigen und dafür lieber Strom aus Frankreich kaufen, was ja paradoxer nicht sein könnte, wir verstromen Kohle, die grob umweltbelastend ist, und wundern uns, dass wir kein Gehör finden und man uns nicht mehr ernst nimmt. Gut. Okay, kommen wir zurück. Also Olaf Scholz wurde überrascht. Das zeigt, wie wichtig er am Tisch der großen Jungs ist. Nämlich unwichtig. Dass man ihn nicht ernst genommen hat. Und das zeigt, wo Deutschland da steht. Politisch steht Deutschland in etwa da, wo der deutsche Fußball zu verorten ist. Irgendwo in der zweiten, dritten Reihe. Ja, und was jetzt mit der Abschlussvereinbarung passiert, ist ähnlich schlimm. Denn da sieht es jetzt so aus, als dass auch der Ausstieg aus der fossilen Verbrennung nicht das Maß der Dinge ist. Schlimm für Luisa Neubauer. Denn auch sie war protegiert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das muss man sich mal überlegen. Kaum jemand hat mehr Sendezeit bekommen, während man in Dubai nun über zwei Wochen getagt hat, als Luisa Neubauer, die nicht Mitglied der 250-köpfigen Polit-Delegation war, sondern als Gesicht von Fridays for Future nach Dubai gereist ist, um Druck auszuüben auf die deutsche Regierung. Merke dir, wenn du Druck ausüben willst, dann übe Druck aus auf Menschen, die etwas zu sagen haben. Die deutsche Regierung hat das nicht. Das heißt, da ist sie am völlig falschen Hebel, wenn sie hier anfängt rumzuwuchten. Aber kommen wir mal zurück. Luisa Neubauer macht sich langsam, aber sicher obsolet in dem ganzen Spiel. So gerne, wie sie ihr Gesicht in die Kamera hält, so vollmundig, wie sie von Talkshow zu Talkshow marschiert und einen Platz für sich beansprucht als Sprachrohr der Zivilgesellschaft. Auch das ist so ein Punkt. Dreister geht es nicht. Wie kann sich diese junge Frau anmaßen, dass sie als Sprachrohr für uns alle, nämlich für die Zivilgesellschaft, plaudert? Das kann sie nicht und das sollte sie auch nicht tun. Denn die Ereignisse in Dubai zeigen nun ganz deutlich, wo wir wirklich stehen. Wir haben nichts mehr zu tun mit der Entwicklung und der Gestaltung der Weltgeschichte. Wie auch. Wir sorgen nur für 1,82 Prozent der Gesamtemissionen. Da liegen Länder wie China ganz weit vorne. Und wenn China nichts ändert, dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Dann sind wir eine Randnotiz im Dezimalbereich. Und viel wichtiger wäre es, dass sie ihren wilden Haufen, nämlich die Weltuntergangssekte der letzten Generationen und Fridays for Future unter Kontrolle kriegt. Dass es hier zu einem sinnvollen Ende kommt, dieser sinnlosen Aktionen. Denn wir brauchen eins. Wir brauchen einmal ein klares Signal, dass wir das Sinnvolle und das Mögliche abgrenzen von Utopien und Ideologien. Utopien sind nett, wenn man Kinderromane schreibt. Ideologien sind gefährlich, wenn man an sie so sehr glaubt, dass man die Zivilgesellschaft, die eben zitierte, danach ausrichten will. Wenn wir so weitermachen, haben wir auf Dauer ein Problem, nämlich die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wir machen uns in der Welt lächerlich, die Attraktivität wird reduziert und auf Dauer schwächen wir damit auch den Spielraum, den wir hätten, aktiv Zukunft zu gestalten und damit auch einen produktiven Beitrag zu einem sinnvollen Umgang mit so notwendigen Themen wie dem Klimawandel. Was wir brauchen ist nämlich genau das, eine starke Wirtschaft, die in der Lage ist, sinnhaft Einfluss zu nehmen auf eine praktikable Umweltentwicklung. Für mich stellt sich die Frage, wie weit wir uns noch auch im Inland erpressbar machen von diesen Chaoten, die mit ihren Maßnahmen die Gesellschaft drangsalieren, ohne auch Forderungen zu haben, die nur ansatzweise sinnvoll sind. Weil wie man jetzt sieht in Dubai, ist Deutschland ein zahnloser Tiger. Das heißt, selbst wenn diese absurden Maßnahmen sich auf Straßen zu kleben, wo man jetzt über Hauptamtliche nachdenkt, eigene Brigaden offensichtlich, die hier bezahlt werden, um Straßen zu blockieren. Wenn man sich dann überlegt, dass wir gar keinen Hebel mehr haben, denn selbst wenn jetzt die deutsche Bundesregierung einknicken würde und würde sagen, wir geben euch nach, könnte sie nichts tun, denn Dubai hat gezeigt, dass wir nichts mehr zu melden haben im globalen Zusammenspiel. Und aus dem Grund sollte man auch hier klare Kante zeigen und die Kinder von der Straße holen. Denn das ist gefährlich, nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch für uns und die Signale, die dieses desolate Bild nach außen liefert. Das wäre es von meiner Seite zu Luisa Neubauer, FFF und der letzten Generation gewesen, im Hinblick auf die Ergebnisse, die heute noch in Dubai diskutiert werden und wo man jetzt in die Verlängerung geht. Wenn euch diese Themen interessieren, ich habe euch noch zwei davon mitgebracht. Das eine ist die fette Abrechnung mit Ricarda Lang und das andere eine Abrechnung mit Olaf Scholz. Beides vernichtend, kann ich euch sagen, ohne die Spannung zu nehmen. Schaut es euch an, wir bleiben für euch am Ball. Ciao von Now, euer Chris.